Hallo und so Leute, Susa da Stinker und wir packen Susa an, die wir letzten Abend für euch gewollten. Komm, oh, das ist ein Kerl, haha, kommt ihr auf euch dem Aussicht mit. Ja, und wir müssen dich dringend bitten, das Tor zu öffnen. Ich gebe euch die selbe Rache, den angeben habt. Das ist der rote Bezirk, wir verarbeiten farbigen Staub zur Farbe von höchster Qualität. Wir lieben unsere Arbeit und hassen es gestört zu werden, besonders von Leuten, die nicht dieselbe Farbe haben wie wir. Ihr könnt euch vorstellen, wie angespannt wir momentan sind. Haltet euch von jedem Fern, der klar rot ist, was Donnen? Oh, das können wir heute werden, alles klar, passen. Gut, er öffnet das Tor, okay, du möchtest es schließen, okay, ja. Er wird es den Tor schließen? Oder ich? Okay, wie auch immer, wir sind... Piñata läuft da lang. Und ich weiß noch ein paar... ...ein paar Kisten hier zerstören. Kisten, fisten, im roten Bezirk. Hau ab aufm Gesicht, das ist jetzt halt's mit uns. Oh. Okay. Ich bin ein cleverer Kistenfüster. Oh, ja. Ah, ja, überhaupt behalten, dass das noch da ist. So gut. Ich haze grüne Kran. Ach so. Wir machen alles schon. Geht zum Markt. Ja, ja, ich okay. Lass mich noch ein bisschen ein paar Kisten kloppen. weg da, ich stehe hier, ok bunte Vögel wie du dürfen nicht in den Tempel, ok irgendwas werden diese Farbtöpfe wahrscheinlich noch auf sich haben hey du da, schau dir mal da ist Kuro, hier gehts zum Markt bitte komm Kuro, wir weg dich, ok, bin dabei da ist die Divers ok, roten Zeichen für den Tempel, der gerade freigelaufen ist das, was fast vorher zu sehen war, aber es ist ja im Endeffekt auch ein Kinderspiel und dafür finde ich es mega, also ich finde es mega gut gemacht ich würde mir halt eben schon nicht springen können, da äh, die rote Bande ist gerade im Tempel, sehr vorsichtig die Zeichen, die führe du zu roten Tempel hallo, achso was macht denn ein Affenini, Jungs, wir dürfen nicht den roten Tempel lassen und so hat schon genug Probleme ich schütze den Schalter oh, die haben sich, Alter, da sind schon zwei getroffen Mann, du kannst ganz schön auszuhören, weißt du das Mann, die Jungs, das ist ernsthaft, habt ihr gerade nichts besöchteres zu tun, was eigentlich Streit über sie so bezahlt ihr auch keine Ahnung, wie ein Streit ihr zu allhaben das ist es nicht, Mann ein paar von uns wurden von diesem weißen Zeug eingefürgt der Bus tut nach einem Witzel, sie zu heilen und wir werden ihm helfen aber, wenn es sein muss aber die Leute auf dem Platz brauchen jetzt Hilfe also hört auf zu faul jetzt den Weg durch schuppigen Hinterroutinen na dann na, wenn der Bus irgendwas passiert und wir euch zu stark gebildet auf gehts, ohne Bande go, 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 go get it gut Weg freigemacht das hier ist mal so easy peasy klappt die zu überreden, dann machen wir das einfach immer dann einfach, hey, da ist irgendwas los helft doch mal hier auf den Schalterchen und gehen in den roten Tempel was uns da aber für Rätsel erwarten oha hier wird so viel gleich, he da oben ist der der geile, äh, ist der roten Farbe und den, äh zack pinzeln das sind wir auch noch mit hopp ok, oder auch nicht ja, so wir sind wirklich zu viel der rote Tempel was auch immer diese Zeichen gemalt hat wollte, dass wir herkommen und sieh mal, wer da drüben ist wollte und seine Bande sie scheinen in schlechter Fassung zu sein meinst du, wir sollten hingehen und nachsehen, was ihm fehlen uns da bitte die Gehle betrotzt ihn also das versuchen, sie zu erreichen ja, ok mach ich wir sind von Tepre nicht das ist ein gleicher Weg oh 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 oder oh oh das heißt ich muss schon in In Ektion bleiben Sprenger Punkt ok doch hätte man das nicht direkt von unten nach oben legen können Ich kann es falten. Wow. Ich hätte wahrscheinlich gleich noch drüber hüpfen müssen. Bis Ende des Shake-Points. Ich sehe nichts. So. Okay. Dann war mal bis zum Kraken. Zack, 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 zack. Das ist auch leicht gelb, lastig noch. Ich sehe so ein Pinseln. Leicht gelb, lastig wir. Oh, wie frech. Oh, yum, 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 yum. Schießt jetzt nicht auf mich. Boah. Mehr als knapp. Okay. Der sieht nicht ganz so prall aus. Passt hier nichts. Sharp D. So, 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 so. Ha. Guck mal. Okay. Ah, von Gesicht. Was machst du denn hier? Na, warte. Das will ich eigentlich gar nicht wissen. Hast du gesehen, was mit meinen Freunden passiert ist? Wir sind hergekommen, den Roten Geist zu bieten. Der spricht nicht mehr mit uns Roten. Aber ich dachte, wir müssen es wenigstens versuchen. Verstehst du? Aber das ist jetzt egal. Ich kann meine Jungs nicht so lassen. Gehen wir zum Schrein da auf, falls du es schaffst. Äh, wenn dir der Rote Geist hier ist, vergiss uns einfach nicht. Okay. Ja. Okay. Okay. Das heißt, er hat schon mal nichts gegen uns. Ich sehe nichts. Wow. Die gehen da unter. Ja. Okay. Dann machen wir schneller hier ein bisschen weiter. Zack, 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 zack. Ja. Ja. Da wahrscheinlich draufschalten können. Ja. 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 Okay. So ge Permitieren zu verlieren. Eine gleiche. A an. Da ist gleiche. Also durch. Hier. Ach Gottchen. Das ist nicht zügig, wo man runterfallen kann. Dieses ist nicht zügig, wo wir runterfallen können. Das ist nicht zügig, wobei wichtiger verrückt. Wenn ich dann rausfallen kann. Ach, Gott, ey. Aber ich weigere mich jetzt auch nicht um Springen. Sag mal. So. Das ist planeta. Das wollte ich nicht! Wieso legst du da hin? Die Affe, ey. Dann stehen wir da auch ein bisschen. So. Drei, zwei, eins. Nicht die Sächerin. Nice. So. Oh, ein Regenbogen! Go, go Gadget! Lass mich erstmal die Fässer zerklopfen. Da seid ihr ja! Entschuldigung, ich meine, da seid ihr ja. Ich bin froh, dass ihr meinen Zeichen gefolgt seid, wie ich es euch gesagt habe. Sehr froh! Entschuldigung, es geht immer mit mir durch, obwohl ich diesen entspannten Tempel lebe. Ich bin gerade alles andere als ausgeglichen. Okay. Also kannst du uns sagen, was geschieht? Oder warum bist du uns hier erst auch so genau hergeführt? Äh, das kann ich! Das kann ich! Entschuldigung. Entschuldigung. Ha! Nun, äh, zunächst einmal folgendes. Die gleiche zerstörte Stadt. Die gleiche, du willst dieses weiße Zeug. Mann, bist du schlau! Entschuldigung. Äh, ja genau. Ähm. Es ist, äh, das zerstörerische Kraft von... Zerstörerisch, die Kraft von Tinkerwelt. Äh, wenn wir es nicht aufhalten, wird ganz Farbstadt zerstört werden. Wow! Und wie sollen wir es aufhalten? Mit einem riesigen Wieschmuck? Weißt du das wirklich nicht? Dein Freund hier ist, mit der fetzigen Frisur, ist ein Tinker. Oh, das ist, ich bin neu. Ich schätze, das weiß ich nicht einmal, was es bedeutet. Stimmt, Koro? Erklär es ihm später. Jetzt müssen wir uns an die wichtigen Dinge kümmern. Seht, äh, seht nur, wie mein Temple aussieht. Und seht euch nur meine, äh, Veranda an. Einer dieser Bleichsburger hat es sich gemütlich gemacht. Du bist ein Tinker. Dadurch bist du in der Lage, meine Macht zu nutzen. Du kannst sie dafür, äh, nutzen, um sie gleich zu gehen. Deshalb habe ich dich hier hergerufen. Entschuldigung. Ich ver... Ach, verdammt, was soll's? Brücken wir ihnen etwas Farbe ins Gesicht. Okay, das bedeutet nicht, ich kann gleich rote Farben machen. Oh, ja. Und ich habe einen weiteren Lebenskasten. Springerrot. Okay. Wie du das sagst. Nein, da will ich noch nicht lang. Och, Mann. Ich dachte mir ein Pinsel. Ah. Nein, 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 nein. Warte, nein. Ah, ein Pin. Ähm, ja, jetzt aber. Woh! 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 Wow! J. Woh! Ich kann jetzt die weisse Monster versiegen. die rote kleksfarbe hier, 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 hier ok, komm mal, griff macht es ja wohl komplett fratzer, wenn ich euch die vorgetroffen habe oder nicht das ist gut dann, ich möchte jetzt den Blechspucker wahrscheinlich muss ich da, Blechspucker ha, tue es ja noch weh drauf nein, falsche Taste ok, ok so und job ach, das ist cool, das ist so entspannt man sieht zwar nur verschwommen, aber es ist trotzdem entspannt da ist der Blechspucker und das waren so komische Fatzkin und der positive kurze Skim und ich sage danke fürs Zuschauen den Fight gegen das Viech sehen wir in der nächsten Folge bis dann, ciao, ciao und cheerio ciao 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 ciao